Hättest Lotto spielen sollen an dem Tag. Glück soll man hier rausfahren. Willkommen zurück zu einer neuen Runde. H1C1 Battle Royale zusammen wieder im Fünferverbund mit Bayerwald, Fresh Fries, ich nutz dich und MG muss mit. Hallo. Guten Tag. Hallo. Irgendwer hat mich gerade oben mit seinem Fallschirm getroffen, da war ich erstmal im Trudel. Wo sind Wohnwegen? Ich lande am weißen Haus vom Haus des Todes. Ja, ich versuche auch dorthin zu kommen. Ich bin G4. Okay, dann lande ich beim Doppelstöckler beim Haus des Todes. Hier steht ein Jeep. Habt ihr ein Jeep gesichert. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, im Wald gehen ein paar Leute runter. Wui. Niemand stirbt heute in den ersten 10 Minuten. Hab eine AR. Wir sind im gleichen. Ich lasse dir die Pist hier liegen. MG. Wir sind im gleichen. Ja, danke. Hier liegen zwei Pistols. Die Tür geht nicht auf. AR-15 hat eine Schuhe. Hier liegt noch eine AR. Ich lasse dir die AR hier liegen. Ah, ich hab eine Shot. Ich nehm da noch eine Piste zusätzlich im Schlafzimmer. Ah, da. Rucksack. Und hier liegt noch eine Magnum am Küchendingz. Und eine Axt nehm ich einfach mal mit, um eine Axt zu haben. Falls wir ein Lagerfeuer machen wollen. Ach, da im Eck. Ja. Wo bist du, Alfie? Scheiße rum. Ich bin im Doppelstöckel. Okay. So, ich komm mit ins Auto. Bringen wir mal einen Rucksack mit raus. Ja, ja. Rucksack. Rucksack hab ich schon zwei. Du hast dich nicht angeschlichen. Bist du weg von der Magnum? Ja, ich hab schon die andere Munition davon eingesammelt. Du. Du isst. Geile Beschreibung. Ich hab keinen Sack. Hast du keinen Sack? Den wollen wir mal kurz rein mit, ne? Ich komm mal kurz mit rein. Hat jemand einen Sack übrig? Das Sack tat, ne? Hat jemand einen Sack übrig? Um, lass uns weiter. Wir sind hier auf eurer Präsentierfläche. Ja, das ist ein Breiansack. Ich komm raus, ich komm raus. Ja, ich bin dran. Ich hab nur eine Rucksäcke für euch. Ich hab kein Sackerl. Du hast einen First-Eight-Kid übersehen, Alfie. Echt? Wo seid ihr da? Du hast sogar zwei First-Eight-Kids übersehen. Ich hab hier die ganzen Waffen mit. So, Pistolen und so weiter hab ich. Hallo, wo seid ihr? Am Haus des Todes. Am Haus des Todes. Ja, wo ist das? F4. Ja, wir sind F4. Es ist so ein Doppelstöckel, aber das Demo, das... ...weiße Haus auf der einen Seite ist und das Doppelstöckel. Ja, wir sind hier ja nicht bei den Wohnwegen. Wo sind denn die Wohnwegen? Ja, F4. Südlich von... Ach, südlich! Am Wasser. Ich weiß wo, ich weiß wo da. Okay, dann fahren wir hin und... Das sind die... Ja, da fahren wir. Die vier Stück am Wasser, ne? Am Fluss, ne? Ja, ich komm in eure Richtung. Gleitbahnfatter, Gleitbahnfatter. Wir sind gleich da. Und hat sich wieder weggelaufen? Nein, ich bin hier hinten. Guck mal, ich hoc hier hinten am Baum. Ich hab da noch zwei Pistolen für euch. Ja, ich hab AR und so. Also alles gut. Äh, ich hab ne Magnum. Und na, ja. Ja, die One-Shop-Magnum. Ja. Ich hab da hinten grad einen Pfeil gesehen. Da hinten waren sie. In welche Richtung? Fahren wir richtig? Äh, nach links. Äh, nee, 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 ihr müsst nach links. Okay. Jetzt sehen wir den Pfeil wieder nicht. Ihr seid hinterm Berg. Ja. Noch weiter nach links. Noch weiter? Ja. Oben an dieser... Am Wald vorbei, da. Du müsstest links vor dir einen Wald haben. Hier ist der Fluss. Ja, da hinten drauf. Ja, da im Fluss nach links. Hörst du mal zu, Frash? Ja, ich hör doch zu. Oben links auf dem Hügel ist ein Wald. Ja, da hinten. Ja. Ich bin weit weg. Ja, ist wirklich weit weg, ja? Jetzt sind wir eigentlich eine Runde gefahren. Ah, da vorne sind die Pfeile. Ah, hier. Okay, okay, okay. Ja, da sind Pfeile. Ich seh die Pfeile. Ja, gut. Wir sind ein schönes U um den Berg. Ach, jetzt, da seh ich das Auto. Ja. So, Breuer überfahren wir jetzt, oder? Ja, Breuer ist Feuer. Ich versteck mich mal hinter dem Baum. Einsteigen bitte. Ja, pui, schön kuschel ich hier. Oh, hier sind's in der Mitte. Aha. Oh. Das ist Geburtstag heute. Ja. Nee, ich hab noch ein paar Tage hin. Ich hab tatsächlich noch ein paar Tage. Bist du auch ein Dezember-Kind? Ja. Wobei, wenn die Folge, lass mich überlegen, nee, die Folge, nee, da ist doch trotzdem noch ein paar Tage. Wann kommt denn die Folge bei dir? Bei mir kommt die morgen. Ich hab die reine, hab ich noch übrig. Am Morgen, am, ähm, äh, morgens, am Dienstag. Am Dienstag. Das ist meine Geburtstagsfolge. Nee. Nee, die Geburtstagsfolge nehmen wir heute auf, wahrscheinlich. Ach so, gut, ja. Nicht, dass du denn da so ein, so ein Special bringst, wo du an deiner Kerze rumspielst. Ja, das will keiner sehen. Du kleiner Wichser. Nee, das bist ja dann du. An meiner Kerze. Lass du die Pfoten von meiner Kerze. Ich hab mir nicht gesagt, dass ich an deiner Kerze rumspiel. Ja, aber du hast angefangen, damit du in der Kerze sehen, was machen willst. Ich fahr dann schon mal weiter zur geheimen Base. Ich brauch nen Rucksack. Oh, Schotti. Ich hab dann nachher nen Rucksack. Drop ich alles in der geheimen Base. Ah, jetzt hab ich einen. Oh, lad schneller, du Honk. Ich wollt nur die geheime Base für mich haben, deswegen bin ich da, hab ich euch da rausgelassen. Da braucht noch jemand nen Helm, hier sind zwei drin. Nee, ich brauch noch ein paar Schuss AR, Moni, hier liegt nen Rucksack. Noch einer, nehm ich mal mit. Piste. Ach, das ist der größere, das ist besser. Piste. Molli. Darfst du ne AR? Ja, gleich. Also ich hab keine AR. Rucksack. Okay, in der geheimen Base ist noch ne AR. Ja, lass uns rüberlaufen. Ja, weil Fresh will uns ja nicht mitnehmen. Nö. Die Faule ist auch. Ich hab mir hier auch noch einer genommen. Du hast ne AR? Ja, ja. Aber, ja, eine liegt da noch. Ja, ja, ist noch eine übrig, ist noch eine übrig mit voller Munition. Wo liegt die? Links wahrscheinlich irgendwo. Links, links unter dem Dach. Aber ich klau mir den Rucksack rein. Ja, ja. Also Rucksack hab ich auch noch einen dabei, wenn es ist. Hab ich zwei jetzt. Du willst es ja wissen. Hast du jemanden den Rucksack? Nö, ich hab jetzt. So, sortieren wir das mal um. Zack, alles fertig. Zack. Dann kommt rein. Du weißt ja. Ah, ich will das schießen. Na. Da sind Pfeile hinten. Ja. Einfach mal draufhalten. Ja. Echt. Im Zweifelsfall fällt einer tot um. Ja, ich brauch die Magnum dafür. Damit treff ich dann. Wär eigentlich schon lustig mit der Magnum. Ja, wobei, ich sag, in der letzten Aufnahme hab ich zwei erschossen. Also, insofern, äh... Das war auch nur ein Glückstreffer, ey. Bei zwei? Ja. Ich hab doch nie so viel Glück, dass ich zweimal so viel Glück hab. Hättest Lotto spielen sollen an dem Tag. Glück soll man ja rauskommen. Weißt du, ich hab genau hier, hier hast du dich getötet, aber da auf einmal zwei Stück, oder was? Hier, hier. Ach, hier liegt's ja. Ist er wieder blind, unser Bayer? Nö, nö. Blöd. Nö, nö. Nö, nö. Ah. Bei dir kommt beides zusammen. Dann war's blöd und blind. Ja, natürlich. Aber was liegt hier noch für'n Scheiß rum? Ne, M9. Eieiei. Ja, braucht eigentlich kein Mensch. Wir müssen dann gleich auch weiter, ne? Nö. Nö, ja. Ich steig schon ins Auto. Klick hier rum. Ah, hier liegt ne Magnum. Ohne Moon. Oh. Die Moon sammle ich ja die ganze Zeit schon ein. Ich lass doch keine Moon liegen, ich bin doch nicht doof. Mediamarkt. Eigentlich schon. Brauchte jetzt aber eigentlich mal einen Spackler wieder wer. Mg. Mg. Kann wieder seine Hände nicht still halten. Der fummelt wieder an sich rum. Ja, der hat ne stark ausgeprägte Form von Autismus, glaub ich. Ja, das ist hier Zappelfilip, weißt. Boah, lass mich halt. Sag mal, wenn du jetzt bei Alex in den Schoß fällst, dann schaut die Sache recht lustig Nein, er fällt nicht bei mir in den Schoß. Alex, du willst es doch auch. Ja, halt dich still. Wie nennt man das Ganze ein Spackofatz, oder? Da war sch... Ne, hier ist die Tür auch noch zu. Oder die hat eben schnell einer zugemacht. Die Tür sah eben offen aus. Ne, das sieht von Weitem oft so aus. Sozeitig offen. Obwohl die zu ist. Boah, die könnten hier ne Base bauen, hier mitten auf der Straße. Ne, ich hab meine Axt leider weggeschmissen. In Battle Royale, genau. Wir könnten jeder ein Auto suchen und ne Straßensperre machen. Ja. Sehr effizient. Ninja Bomb. Ninja Bomb. Is a rip, is a rip. Mhm. Haha. Eieieiei. Hab ich das Camp da oben schon mal gesehen? Ist links, ja. Glaube nicht. Ja. Das haben wir mal, ich glaub da waren damals die Holländer. Kennt, wisst ihr das noch? Ja. Ja. Aufm normalen Survival Server mit den Holländern. Ja. Ja, okay. Das ist schon Jahre her. Ja. Ja, so bald. Vielleicht könnt man noch den Willen nehmen und dann runterfahren. Ja, erstmal gucken, ob hier jemand ist, ne? Ja. Ich will jetzt nicht unbedingt grisken. Hier mein Leben zu grisken. Wir werden wieder sterben. Ja. Wahrscheinlich. Schauen wir, ob das Polizeiauto da steht. Ja, wir brauchen aber noch ein Stück, bis wir zehn Minuten haben. Die schießen uns gleich so wieder aus dem Auto raus. Ich seh das schon kommen. Solange sie nicht den Fahrer treffen, ist mir das ehrlich gesagt egal. Ja, letztes Mal haben sie den Fahrer ausgeschossen. Jo. War ich da nicht Fahrer? Nein, er war im G-Fahrer. Ja, dann ist mir das egal. Wie gesagt. Mann, ich hab bis zum letzten Bluttropfen weiter geschossen. Dann hab ich auch ne Showdown-Crate bekommen. Ach, da hinten steht noch ein Jeep. Ne, nur noch 35 Leute, was sind da kaputt? Ja. Spider-Markierung von der ersten Seite. Ja, die Sache ist, alle Städte sind... Ne, Cranberry ist noch dran. Okay, dann passt's. Stimmt und direkt dort ist auch noch. Ja, Kirche... Eigentlich könnte man dann wieder gegenüber von der Tankstelle bei unserer... ...letzten Base. Ich fahr erstmal zum... ...zum Dorf an der Baustelle da. Da stehen nämlich Pickups oft. Wo? Stimmt, das sind auch immer. Mhm. Ja, ein Jeep stand ja hier noch. Wo hier? Da sind wir vorbeigefahren dran. Achso. Na, keine Ahnung. 34 nur noch. Ja, ja, ja. Hier oben ist ja nochmal... Genau, sind nochmal Campingwagen hier oben. Eben, hier auch, ja. Man kann sich grob erinnern. Und unter der Brücke, glaube ich, sind Autos. Hier. Ist egal. Ja, ja. Weil Scrap Metal brauchen wir nicht wirklich. Ach, das kriegen wir. Doch, brauchen wir. Ja, der kam von vorne gerade ein Auto, oder was war das? Hä? Ne, das steht ein kaputtes. Das sah eben so aus, als ob wir vorne ein Auto fahren. Nein, nein, alles gut. Vorne geht hinten, ist schlimmer. Ja, vorne sitzt Eifi, der trifft wenigstens das Gegner. Vor allem, wenn wir auf der linken Seite hinten auf der Runde sitzen, so ein Zappelfilp haben. Aber das müsstest echt machen, wenn du Scrap Metal findest, dann baust du dir schnell so einen, so einen Ofen. Und wenn du auf offenem Gelände bist, platzierst du schnell einen vor dich hin, damit es dich verstecken kann. Einfach ne ganze Base da hinzimmern, wo ist das Problem. Leider gibt's kein Scrap Metal hier. Leider gibt's kein Scrap Metal. Das wär's echt mit Scrap Metal. Also wir können die Taktstelle noch mitnehmen hier. Ja, ja, das wollt ich eh hier links. Weil da stehen Autos auch. Ja, aber da waren noch ein paar. Die hört soweit gut aus. Rechts steht schon ein Pickup mindestens. Da hinten steht ein Chip, ja. Hier vorne steht auch noch einer. Und links steht auch noch einer. Drei Autos ins Gesicht. Okay, ich schau mir mal, ich schau mir mal den Pickup an. Vier, da hinten steht auch noch einer. Rechts, rechts steht noch einer. Ist alles draußen, ist alles draußen. Vorsichtig sein. Oh. Oh. Ich bin nicht alleine im Jeep, sitze hinten. Alleine im Jeep. Hier ist auch alles draußen. Oh fuck, okay. Aber es ist noch nicht alles gelootet. Aber wir sollten vielleicht trotzdem wieder zum Auto weiter zur Kirche fahren. Ja, aber viel liegt hier aber auch nicht mehr rum. Ja, dann kommt ins Auto. Wir fahren weiter. Go, go. Okay, 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 okay. I'm still gleich back here. So. Oh, ich sitz vorne. Magnum. Da fehlt noch einer, oder? Ja, das war schon. Ja, das war schon. Ja, das war schon. Ja, ich dachte, ich fahr mal mit Speed hier erstmal weg, weil man weiß ja nie, was hier passiert ist. Weil jetzt haben wir keinen Zappel für Lücken mehr. Jo. Was aussteigend ist alles. Der zappelt da hinten immer noch rum. Jetzt ging sein Kopf eben aus der Scheibe raus. Was machst du auch, das Öffnen? Nö, ich sitz in der Mitte, geht grad. Die Kirche ist grad noch so drin. Ja, aber du kannst davon ausgehen, dass da bestimmt jetzt welche sind. Also eine Kirche weiß ich nicht. Seit dem letzten Abteil finde ich, dass die Schatten mehr flackern, oder? Ja, ich weiß es nicht. Aber du hast auch auf Ultra High stehen, ne? Dann ist das vielleicht wieder anders. War ein Schuss rechts? Ja. Hab ich nicht gehört. Der muss ja auch weit weg gewesen sein. Ich war auch nicht aus Westhaas, war sehr weit weg schon. Ich bin nicht weit weg. War glaub ich Babas Truck Shop, oder so. Ui. Wie heißt's so noch? Oder Baustelle. Baustelle kann ich sagen. Babas Truck Shop. Baustelle, ja. Ja. Ja, der gute alte Buck Shop. Ja. Der wichtigste, der Buck Shop. Grüße Morgens Brötchen. Der Buck Shop. Spongebob ist tot. Nein. Nein, Spongy Bob. Ja, das ist nur wegen Markenrechten hat er sich so genannt hier. Ah ne, Entschuldigung. Spong, äh Spong A Bob. Oh, kennst du das noch? Hier Eifir, wenn hier Ziel ist. Das ist gut immer für uns. Das war cool, ja. Ja. Das war echt cool. Das war ein Kapital am Wind. Ui. Hä? Wurden wir hier nicht das letzte Mal irgendwie rausgeschossen oder sowas? Ja, da oben. Wurden wir nicht schon überall schon irgendwann mal rausgeschossen? Eigentlich schon. Nein. Nein, nicht überall. Es gibt wenige Flecken, wo wir noch nicht gestorben sind. Äh, Treckdorf war das glaube ich. Hier wurde, hier wurde fresh mal da rausgeschossen. Als ich hier um die Kurve gefahren bin sogar. Mit einem Schuss. Mit einem Schuss. Und das war keine Sniper. Nein, das war nicht ich. Ich habe den anderen da unten aus seiner Karre geschossen. Ich glaube ich habe von rechts gerade einen Schuss gemacht. Ja, das dachte ich mir auch. Das dachte ich mir auch. Ja, das sind Schüsse. Ja, von Lone Pine, ja. Hallo Lone Pine. Jo. Jo, da geht's voll ab, ey. Ja, da ist wohl einer unten mit einer Pumpe. Die haben sich gegenseitig gerade... Ne, doch nicht gegenseitig. Ja, da waren zwei mit der Pumpe. Der eine, der hat sich bloß der eine den anderen noch geholt. Mhm. Da vorne kommt das Gas. Ja, ja. Sollts doch da kommen. Ja, ich sag's nur. Ich habe den grünen Schatten so schön gesehen. Deswegen wollte ich euch nur mal informieren. Hier steht... Ach doch, im Dreckdorf sind wir doch schon gestorben. Durch den ähm... Seinen Sprengfall Cheater. Ja, der Cheater, genau. Ja, das Auto ist weg hier. Jo, 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 die sollen jetzt wohl im Dreckdorf sein. Steht da unten noch eins? Ich weiß es nicht. Ich glaub nicht. Bei der Kirche? Nein, ich seh da nix. Da kommt von vorne, kommt einer! Ja, schieß auf ihn! Ja? Ja? Schießt! Boah ey, ihr seid echt Schlaftabletten! Ja! Ohne Scheiß soll ich fresh in den Kopf schießen! Ja, aber der Feuerwald hätte doch... Weil er bin! Ich hab doch geschossen! Ich blute! Oh fuck! Da waren wir schon... Ich bin dafür auch! Verbind, verbind, verbind! Äh... Ja, super! Die schießen weiter auf uns! Ah! Pass auf das Auto! Jetzt geht's links! Genau, auf einfach links! Die kommen hinter uns her! Ja? Ja! Ich blute immer noch wie übrig! Warum hast du dich nicht verbunden? Ja, schau da! Hier in den Doppelspegler rein! Ich hab mich verbunden! Du hast dich zu früh dann bewegt! Hier in den Doppelstock rein, oder? Ja, oder zur T-Kreuzung dann davor! Ne, ich bin rausgesprungen! Die kommen schon hinter uns! Ich bin auch noch drin! Ich verbind mich jetzt erst mal! Ich geh hoch! Hat's ja gemacht, Leute! Ich bin weg! Hinterm Ding stand einer! Ich bin auch tot! Hinterm Haus ist auch einer! Ich bin weg! So ein Scheiß! Ja, wenn's euch gefallen wird, schaut doch bei den anderen vorbei! Bis dahin, heute rein! Ciao! Ciao!